So, zurück... Ach dieses verdammte Headset-Kabel. So, zurück, Devil May Cry, Mission 19, Angesicht... Das Angesicht des Dämon... Oder des Dämon... Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen muss... Egal, Mission Beginn, go, go! Warum habt ihr mein Kind getötet? Ich frage erneut... Warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du meine Mutter getötet hast. Ah... Also war es Rache? Ich verstehe. Es war mehr als nur das. Oh? Für die Freiheit. Freiheit? Ihr scheint alle Freiheit zu haben, die ihr braucht. Die Freiheit, meinen Erben zu töten. Ich meine nicht meine Freiheit. Die Freiheit der Menschheit. Menschheit? Und was glaubst du, würde die Menschheit wohl mit Freiheit tun? Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft. Getötet. Gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt. Krieg. Tod. Komm schon, Tante. Mach... ihn wütend. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit. Es war... Es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten, zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt, und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonen schlanken schreist. Unbezahlbar. 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 Alle Dämonen umkre sind. Dämlich für Charlotte. Individuat. Aaaaaah! 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 Du wirst zusehen können, wie ich dein pulsierendes Herz verschlinge. Okay, machen wir das Ding endlich dicht. Ah! 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 Was hast du getan? Lass meinen Bruder in Frieden! Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen? Gern geschehen. Geht's dir gut, Tante? Geht's dir gut. Geht's dir gut, Tante? Mundus. Mach dich bereit, Dante. Können wir ihn töten? Ja, das hören wir uns zu. Ihr werdet nur sterben. Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ja. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mundus. Du bist ein Arschloch. Beschäftige ihn. Ich versuch sein Auge zu öffnen. Der war geil. Ich bin Mundus. Du bist ein Arschloch. Greif ihn nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege. Okay, kein Problem. Ich versuche es. Ich bin auch Arschloch. Ich hab keinen Bock drauf. Was ist das denn jetzt für ein Endfight? Ich kann mich nicht bewegen. Ja sicher. Geile Scheiße. So macht man das Kollege. Na Mundus? Kannst du was? Ich hab gehört, du kannst nichts. So. Pass auf. Dante! Tu etwas! Geile Scheiße. Ich hab selbst Mundus auch. Fett. Jetzt Dante! Zum Auge! Geil! Boah, Junge! Weg damit! Geile Scheiße, Junge. Ja, Mann! Gib sie richtig! Boah, nicht gut! Danke. Alter, danke. Klasse gemacht! He! Der ist aber recht zerbrechlich! Dante! Hast du das gesehen? Ja, ich seh's. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen. Und ihn töten. Kein Problem. Leche. Komm schon! Gehen wir! Go, go! Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden, töten wir Mundus. Okay, klar. Einfacher Plan. Krieg ich hin. Alter. Wie viele Tote sind wir beschränkt? Hier im Abläufe. Kannste zerbottieren, Alter. Was? Nicht gut! Nein! Verge! Nein! Nein! Oh nein. Nein! Fuck! Fick dich! Das ist doch nicht vorbei, Mundus! Was hast du mit ihnen gemacht? Da kriegst du zurück, du... Kleine... Ja, Arsch! Sicher! Das ist klar, Alter. Was geht denn jetzt hier ab, Alter? Wie soll ich ihn... Wie soll ich ihn in den Schaden... Ja! Das ist klar. Woho! Ja, da fühl ich ihn schaden. Aha! Ah! Ah! Ich fück... Ich fück jemals... Oh! Jemals dem Arm schaden. Ah! Wenn du nicht weg bist... Ich fung dich nicht... Ich fang dir weg! Ich fang dir weg! Ich fang dir weg! Wann leg es nicht weg! Was ist denn das für ein bisschen was? Was verpulst du da raus, Junge? Deine Mutter oder was? Eine hässliche, schleimige Mutter! Ach, Mensch Mundi! Äh... Das war knapp du. Ich hab die falsche, falsche, falsches Kapsel in den Mond rüberkriegt. Jetzt ist mal der Arm dran, finde ich gut. Der muss ein bisschen Abwechslung sein, ne? Der andere muss ein bisschen verkraftet sein. Weg mit dem! Ach Mensch, Moni! Geht's hier nicht so gut? Komm mal her! Lass ich mal kraulen! Da wird sich wohl drin gefrügelt, hab ich gehört. Warte es! Oh Mensch, schnuckele hier! Komm mal her! Geht's dem Arm nicht mehr so gut? Und rüber da! Weiter geht's! So geiler Mucke! Die Mucke ist echt mega fett, ey! Oh, ne, 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 Mundus! Vergiss es! Aua! Leck mich! Kack, Mono! Nichts kannst du! Was ist? Wie sieht denn damit aus? Und jetzt? Der nächste Auge! Ich glaube, ich brauchst du nur Brinte, ne? Gib sie ihm, Junge! Los, gib sie ihm! Ja, was machst du ohne Arm, ne? Äh... Oh Gott! Der ist sehr verfundbar! Ja! Weg mit dem, Junge! Aufs... Und, Junge! Aufs Maul! Ja, Mann! Gib sie ihm! Ja! Like Boss, Junge! Also der Endkampf war jetzt relativ gut, müssen wir sagen! Das war... Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Zu welchem Preis? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Was kommt denn jetzt noch? Na egal, dann nehmen wir uns die nächste Folge an. Bis dennu!